Liebe Studentinnen und Studenten, herzlich willkommen zu diesem ganz besonderen Sommersemester 2020. Sie sehen ja auch, wir haben stürmische Zeiten. Wir stehen vor den geschlossenen Gebäuden der HWR Berlin. Wir können uns nicht in Person zum Unterricht treffen. Wir können uns nicht direkt miteinander austauschen. Wir vermissen sie. Und trotzdem sind wir alle, die wir hier an der HWR in Verwaltung und Lehre tätig sind, wild entschlossen, Ihnen, liebe Studentinnen und Studenten, ein erfolgreiches, ein zufriedenes und ein lehrreiches Semester zu bieten. Wir werden die Lehrveranstaltungen alle sämtlich online durchführen und wir haben dafür Vereinbarungen, Regelungen getroffen, damit das möglich wird, einschließlich der Prüfungen. Wir haben deswegen zu Lehrveranstaltungen, Prüfungen und Praktika Sonderregelungen getroffen, die im sogenannten Pandemieplan der HWR niedergelegt sind und die Sie auf unserer Webseite finden können. Bitte schauen Sie unbedingt nach, was für dieses Semester an Sonderregeln gilt. Und dann habe ich noch eine dringende und herzliche Bitte an Sie alle, liebe Studentinnen und Studenten. Auch für uns Lehrende ist das eine neue, eine schwierige und eine ungewöhnliche Situation. Wir sind unterschiedlich erfahren in der Onlinelehre und deswegen möchte ich Sie hier auch sehr herzlich um Nachsicht bitten. Wir brauchen Ihre Nachsicht, wenn mal technisch etwas nicht ganz so funktioniert, wie wir es uns alle vorstellen. Wir brauchen Ihre Nachsicht, wenn Lehrende nicht ganz so erfahren in der Didaktik der Onlinelehre sind, wie vielleicht andere, die Sie erleben hier in diesem Semester. Wenn es uns gelingt, mit dieser Nachsicht miteinander umzugehen, dann bin ich ganz sicher, dass wir ein erfolgreiches und ein zufriedenstellendes Sommersemester 2020 miteinander haben. Denken Sie gerne auch dran, uns Rückmeldungen zu geben, was gut funktioniert hat, was wir besser machen können. Und denken Sie dran, was unser Claim ist. Here we are. Wir sind für Sie da, auch wenn wir nicht in Präsenz füreinander da sein können. Wir sind online, wir sind auf Social Media füreinander da und unsere Lehre findet vollständig statt, wenn auch in einem anderen Medium als sonst. Also nochmal herzlich willkommen im Sommersemester 2020.